Unsere neue Show Glücksbringer ist auch für uns ein großes Geschenk, denn wir haben ja das Glück, dass wir eben unsere Leidenschaft, das Singen zum Beruf gemacht haben und in welchem anderen Beruf kommt nachgetaner Arbeit jemand zu dir und sagt, Mensch, ich bin ganz anders nach Hause jetzt oder ich gehe ganz anders nach Hause, als ich gekommen bin. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abend. Das ist auch nach so langer Zeit immer noch ein großes Geschenk, das immer wieder als Feedback zu bekommen und es ist einfach schön. Glück ist echt kein Ding für Willensstarke, es lebt nicht vom Kalkül. Glück ist das, was sich gut anfühlt, darum heißt es Glücksgefühl. Glücksbringer wird nicht nur spannend für alte Viva Vuce Fans, für die Freunde, sondern auch für Leute, die noch nie bei einem Viva Vuce Konzert waren. Alle Leute, die lachen wollen und einfach musikalisch gut unterhalten werden wollen. A Cappella Musik auf hohem Niveau. Lasst euch überraschen. Jedes unserer Bühnenprogramme ist einzigartig, aber mit Glücksbringer ist uns was ganz Besonderes gelungen. Wir nehmen euch mit in die Welt von Viva Vuce, in die Welt unserer Geschichten, unserer Musik. Da ist sicherlich für jeden im Publikum was dabei. Ganz besonders geeignet ist Glücksbringer für diejenigen, die gerne lachen, gute Musik mögen und sich einen ganzen Abend lang glücklich machen lassen wollen. Sehr, sehr gut. Viva Vuce ist immer ein Highlight. Belebende Stimme, super, Jal. Wir müssen jedes Mal wieder lachen, weil irgendwas Neues wiederkommt, was wir noch nicht gesehen haben. Mein Name Wir müssen jedes Mal wiederkommt, was wir noch nicht gesehen haben. Wir müssen jede Minute zum Lachen gehen. Untertitelung des ZDF, 2020